Da war schon, dass Zimo angerufen hat im Restaurant und ich ralle. Ralle? Und er, äh, Noville bist du es? Ich so, ja. Ah, okay, gut. Wie ich einmal so rangehe, ist der dermaßen verwurrt und aus dem Konzept gebracht. Tja, was haben die Illuminati damit wohl zu tun? Nein, die Illuminaten. Ten. Das steht da, also muss es stimmen. Ja, ich weiß. Illuminaten Babycreme, das hatten wir doch schon. Dann doch lieber Tote Maden. Oder alternativ, äh, Tote Maden Babycreme? Sahne Schnitzel ohne Schnitzel, wenn du möchtest. Nein. Hatten wir jetzt letzte Woche, war sehr lecker. Diese Woche? Ja, für mich ist die Woche gelaufen. Sahne Schnitzel ohne Schnitzel. Ja, ja, war vegetarisch. Nein, aber Brokkoli auf jeden Fall. Alter, was seid ihr eigentlich für Würstchen? Nee, die gab's... Sahne Schnitzel ohne Schnitzel. Ja, aber Brokkoli. Ja, und? Ich wär auch Brokkoli, wenn er mir einen Schnitzel bringen würde. Ja, versuch doch mal, äh, halb, halb kleine Kinder davon zu überzeugen, Sahnesoße mit Brokkoli zu essen. Als ich ihnen gesagt habe, es ist, äh, Sahne Schnitzel ohne Schnitzel, waren sie sofort alle begeistert, haben's gegessen. Warum auch immer. Weiß ich jetzt auch nicht. Nachdem du den Verdauungsschnaps überreicht hast, vorm Essen. Den hatte ich selber schon weg. Stehst du, glaub mir, das ist Sahne Schnitzel ohne Schnitzel, ich hab's jetzt auch nicht gedacht. Du weißt doch nicht, wie das ist. Aber nächstes Jahr, wenn du selber mitmachst, wirst du's ja erfahren. Weil nächstes Jahr hast du ja auch nicht währenddessen Geburtstag, das heißt, es kommt kein Konflikt. Was? Dein Geburtstag ist erst danach. Bis nächstes Jahr früher, oder was? Ja. Weiß ja, weil Ausreden gehen flöten. Der hat immer so professionell rausgeredet. Ja, nachdem, äh, der Timo sowieso schon, äh, seine ganzen Privatbekanntschaften da reingeschleust hat, nachdem jetzt auch der Ruben die ganze Woche da war. Ja, ich hab irgendwie auch mitgekriegt, dass der mit hingeht, ich so, weißt, der, hä? Das war jetzt, ich hab was gemacht, aber ist egal. Ja. Kann da jetzt quasi schon jeder hin. Ja, ja. Hat er auch so ne coole Kappe. Ja, ja. Ja? Kechi hat das auch schon gemacht, die Anna war da, alle waren sie da, nur du nicht. Jetzt mach dir mal Gedanke. Ja, hallo, ich hab da aber auch was Produktives gemacht beim Zirkustag. Ja, warum machst du das nicht mehr? Weil ich in Österreich war vielleicht. Ach so, wär das so ein Grund. Die ist sie und ich war hier. So. Ja, wir wollten ja für in zwei Wochen, äh, wollten wir ja Dings, auch den Werner mit seinem Zirkus für unser, äh, Kinderfreizeitgedöns haben, aber... Aber? Ich weiß noch nicht, ob da jetzt was bei rumgekommen ist. Ich bin in zwei Wochen. Also morgen in zwei Wochen quasi. Könnte sein, dass du da auch wieder in Urlaub bist. Ich glaube, ja. In anderthalb Wochen fliege ich nach Nicaragua. Ja, soweit du das in Erinnerung habt, bist du da ohnehin da. Ich bin schon wieder in Nicaragua. Hä? Oder wo fliege ich will. Ja, aber da war ich jetzt dieses Jahr noch nicht. Ja, aber letztes. Ja, hä, das hab ich dir doch erzählt. Ja, aber dass es jetzt schon wieder ist. Ja. Ich bin jetzt in anderthalb Wochen, komm. Bye, ey, ich freu mich. Ey, jetzt nicht gleich, das ist doch auch Mist. Schon wieder Urlaub. Scheiße. Verdammt. Es kommt auch immer so unverhofft. Was ein Leben, ey, was ein Leben. Luxus pur. Dass du dem, der eine Woche in Ägypten war, nach zwei Wochen sich wieder verpisst hat aus der Schule. Ich weiß, wie das ist, ist geil. Ja, ziemlich. Ne, scheiß Kommentar von meinem einen Kollegen, als ich wieder in der Wunschule war. Bist du mal fett geworden nach den zwei Urlauben. So, Alter, diese eine Woche nur saufen, eine nur fressen. Natürlich bin ich fett geworden, aber man muss es mir doch nicht sagen. Was ein Arsch. Ich hätte es dir auch gesagt. Ja. Ich weiß. Aber du hättest dabei übrigens breit gegrinst. Der hat dabei eine Fluppe im Mund gehabt und kritisch geguckt. Das ist... Das war schon so kurz vor meinem Satz. Ah, dafür lebe ich länger als du. Pflü. Lieber Meckes als Marlboro. Arschkopf. Wer war's? Hä? Wer war das? Einer von der Schule. Wer nicht den? Woher willst du die Leute von meiner Weißerschule kennen? Ja, den einen kenn ich doch. Den Kai? Ja. Ah ja. Hab ich deinen Namen vergessen? Da hätt ich einfach gesagt, den Kai. Ja, okay. Der die arme Anna belästigt hat. Oh Gott, das war so ätzend. Was? Aber es war so witzig, wie ich ihn einfach verarscht habe. Ja, das war richtig mega. Oh, das war gut. Wir müssen mich auch mal wieder besuchen kommen. So, der ist einfach so. Wenn kein Tanzverbot ist. So vielleicht... Oktober? Oktober? Warte mal, ich gucke mal im Kalender. Ja, lebe ich noch, ja. Sehr gut. Hatte ich noch nicht vor, abzutreten. Ich gucke mal gucken. Bitte, bitte, bitte. Das ist keine Aufforderung. Das ist nur eine Idee. Ich habe mich jetzt sogar am Wochenende mit einem Oslo unterhalten. Über den Musikpark. Da bist du immer das scheiße, oder? Das ist dieses Etaplassement, wo der Timo jede Woche ist. Ja, da geben wir immer Feuer. Und er so, was? Voll der Rottschupp. Und ich so, nein. Das sagt jeder von hier. Das ist so lustig. Und dann so... Und er so, ja, der Tisch im Raum ist ganz cool. Und ich so, wo lebst du denn? Du musst ins Lager rauchen. Also er wollte eher einlenken, um sich noch eine Chance aufzubauen. Und dann dieser Foupin. Äh, der kennt meinen Freund, also länger als mich. Ja. Dann würde ich mir andersrum mehr Gedanken machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Cash hat einen Freund. Man muss ja jetzt gerade mal, weil sämtliche Zuschauer jetzt frustriert sind. Oh, fuck. Cash game, ey. Ja, damit hast du jetzt... Er ist schon auf. Wahrscheinlich hat er gerade auf Facebook gestorpt gehabt. Ach so, er hat das gesehen. Ach so, scheiße. Wegen dir hängt jetzt wieder irgendwo einer nutzlos, äh... Lustlos am... Am Baum. Nutzlos. Nutzlos. Lustlos. Atemlos. Atemlos hängt's am Baum. Di, 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 di. Aus der Traum. Und wieder 20 Abonnenten weniger. Jeder muss ein paar Grotz schuppen, aber... Nein, einfach nein. Und ich wollte mir auch von Maike wieder anhören, ja, könnt ihr das eigentlich mal fertigbringen, irgendwo anders hinzugehen als in den Schlagerraum? Sag ich, wir waren auch schon im Techno-Raum. Aber da kann man nicht so gut mitsingen. Ja. Hä, warum sollte man auch woanders hingehen? Jetzt sind die Leute, die in die Discos gehen wegen Disco-Musik. Das ist, äh... Echt? Wer macht denn so einen Scheiß? Ja, finde ich auch. Das ist komplett verwirrend für mich. Ich verstehe auch den Zusammenhang nicht. Das ist ja krank. Kranker Menschen. Konzeptlos. Ja, ja. Denk noch so, was? Und dann so, aha. Ist klar. Verstehe ich nicht. Ja, und ich. Hallo, wieso kannst du an meinem Geburtstag nicht Cash? Ja, ist mehr, weiß ich. Wieso ist deine Cousine, er ist 15. Ich schreibe so, weil Cash meinte, sie kann nicht kommen, weil ihre Cousine da ist, ne? Dann habe ich gesagt, ja, kann, äh, feiert deine Cousine gern, wie alt ist sie? Sie ist 15. Fuck! Nicht mal alle, ja, du. Nicht mal, nicht mal bescheißfähig. Nee, ist halt echt so. Also ich meine, sie sieht mir ähnlich ein bisschen, aber, ne. Super, dann wegtausch dir den Perso, je nachdem, wer reinkommt und wer nicht. Moment, ich muss gerade auch den Personalausweis noch hinzugeben. Nee, ich verbreche damit 15. Sie kommt aus Berlin, okay? Okay? Gut, die heute gegen 15-Jährigen vertragen wahrscheinlich mehr als ich. Ja, das ist so. Ja, bei ihr geht's noch. Ja? Ja, bei ihr geht's noch. Zum Glück. Und wie viel Mal hast du jetzt beim Rauchen aufgehört? Nee, das ist sogar geil. Aber der Rauchen tut sich zu mir. Du hast ja keine Zeit mehr, ne, wegen Sauf und der ganzen Schwangerschaft. Ich verstehe gar nicht. Ja, das ist ein bisschen Stress mit mir. Nee, aber die ist 5, nee. Ja, und jetzt? Das ist doch ganz normal in dem Alter. Jo, jo, jo. Ich weiß ja nicht, wie du drauf warst, aber... Ja, jetzt schon, die 15-Jährige. Hier, damals, also, boah. Ich war dermaßen anständig. Ich auch nicht. Nein. Ach, scheiße, hab ich das zugemauert. Wie nutzlos war das denn? Ich war einfach vorher mehr feiern. Das ist schon deprimierend. Obwohl... Ich war wirklich wie feiern, nachdem ich Dumbo kennengelernt hab. Das ist wirklich so. Weil die Leute von meiner Ausbildung, die... Auf die hatte ich dann keinen Bock mehr. Die waren alle so alt. Und dann, ja. Ja, mir irgendwie... So mit 16, 17 war ich ständig fast jedes Wochenende feiern. Und jetzt ist so... Zirpengeräusch. Zirpengeräusch. Schön, wenn man sich selbst akustisch unter... Und jetzt ist irgendwie so... Zirpengeräusch. Strohball, der durchs Bild rollt. Ja, genau. So fühlt sie sich. So fühlt sie sich. Was bin ich? Ich weiß noch, ich hab dich noch... Da warst du noch 17. Bei irgendeinem Geburtstag nachts abgeholt. In der Nähe von Lou. Und hab dich nach Lou geschleppt. Und dann hab ich den Fake aufheiß. Und dann lief das. Bitter, boosh, bamm. War ganz geil. Hab mir jetzt hier alles zugegeben, aber meine Güte. Ja, okay. Könnt uns gar nichts. Ich zahl auch keine GEMA. Oh. Zwei Sekunden später. Hm, es klopft grad an der Tür. Tischläger-Drupp. Ja. Baseball-Schläger und GEMA-Besten. Ja, ist doch kacke. Nee, das ist ein Verein. Ja, das ist eine... Schließt das andere ja nicht aus, ne? Ja, ein Scheißverein. Das ist gar ein Scheißverein. Heißt das jetzt in dem ganzen Tag am Gacken? Nee, wenn man Kloschüsse wegsprengen. Oh. Niveau voller Sport. Da voller sauviel Konzentration. Okay, und du konntest das? Nee, ich bin da nicht. Ich war eine Zeit lang in der Profiliga, aber das ist mit dem Alter. Ah ja. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Hm, schwierig. Hm. Ja. Druck baut sich nicht mehr so auf wie früher. Ja. Weniger Bananen essen. Ja, ich weiß da, da hab ich eine Villaroy und Boch in zweieinhalb Minuten in ihre Einzelteile zerdübelt. Das war noch sein. Meine Fresse ist die Keramik geflogen. Das ist das Ideal Standard. Ja. Ja. Und ich hab das wasserfreie Urinal mit dem Strahl durchschossen. Und das Wasser genau in die Elektronik. Ja, das war noch sein. Und heute überleg ich mir zweimal, ob ich aufstehe, um noch aufs Klo zu gehen. Oder ob ich guck, ob ich's überschlafen kann. Ich dachte, jetzt kommt, ob's in die Windel geht. Nee, meinem Alter vergisst mal auf, die anzuziehen. Ja, ja, ich kenn das. Wenn du ständig deine Alzheimer-Tabletten vergisst. Ja. Ich hab da letztens... Du musst ja Tabletten mal... Sie haben doch Alzheimer. Oh, das hab ich vergessen. Ich hab das früher schon immer, äh... Wo ich die, äh... Packung der Stärkungspillen immer nicht aufgekriegt hab. Das ist schon ein Elend. Hm. Ich brauch verwirrende Dinge hier unten. Muss ich jetzt gerade mal sagen. Wo ist denn hier Aisha? Aisha, 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 wir holen's dir weg. Ich bin gleich mit dem Besprechungsraumgrundriss fertig. Ich hab gar keinen Platz für die Kacke hier. Zahn sich auch jetzt so eine Scheiße hinstecken, du. Leck mir die Füße. So, ich hab jetzt keine Lust mehr. Auf wen oder was? Auf dieses... Dieses. Diese. Du meinst, wir sollen vielleicht noch eine kleine andere Aufnahme machen? Also... Ja. Ist das deine Intention? Kann man das so verstehen? Ich hab jetzt hier was Nettes angefangen. Man weiß inzwischen eventuell, was es wird. Also... Kann ich jetzt. Und was? Du machst. Ja, guck's dir halt an. Ja, wo... Nein. Nein. Wir cheaten nicht, aber ich teleportier mich mal zu dir. Oh mein, er hat's in den Garten angelegt. Ja. Und die Zäune schweben. Und die Zäune... Mit schwebenden Zäunen. Ernst, aber hast du das extra hochgebaut, damit du die Schweben bauen kannst? Ja. Er ist back. Weiß noch, auf meiner einen Welt hast du dir auch einen Kräutergarten angelegt mit so einem Laborin? Ja. Ja, ja, stimmt, die Gartenfrau. Ist doch süß. Er hat's recht. Also bei dem, was er da geleistet hat, da müssen wir jetzt eigentlich mal eine Pause machen. Ja. Die arme Frau ist ja völlig erschöpft. Ja, dann mache ich jetzt hier auch gerade mal, dass hier noch dicht. So weit, dass das schon mal fertig ist, ne? So. Dann gehe ich nämlich jetzt hierher und stelle mich hin. Oh, Prose. Mach das hier nochmal ordentlich. So, und dann habe ich doch zumindest heute mal so ein bisschen hier am Keller von unserem Häuschen gearbeitet. Da kriegt nämlich, tut mir ein bisschen leid für das Lienchen, dass er im Keller wohnen muss, aber oben ist halt nun mal kein Platz mehr. Wobei, nee, warte, das machen wir anders. Das müssen wir jetzt gerade noch machen. Moment, wo haben wir denn hier? Dieser Poli und ne Cash. Und, ach so. Ach ja, natürlich. Ich habe ja gesagt, es fliegen immer die Leute raus, die eh nix arbeiten. Äh. Da ist dann Timo raus. Ja, der zieht jetzt um in den Keller. So, das heißt, hier wohnt jetzt ab sofort einfach das Lienchen. Dann ist Timo ja jetzt Kaka. Der war schon vorher Kaka. Keller King. So, wo haben wir denn hier? Der Couble. Le Couble ist hier. Oh, hier weht gerade so ein kaltes Lüftchen rein. Das ist ja ganz geil, Kaka. So, dann nehme ich das Schild nämlich auch schon mal mit und hocke das auch schon mal unten rein. Mir riecht so lecker nach Kohl. Es ist dann nicht Kohl. Das ist so ein schlechter Reim. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie scheiße der ist. Man muss dazu sagen, ich habe mit ihm gesprochen. Über seine geistige Verfassung in dem Moment, wo er das ist. Er war nicht in voller geistiger Verfassung. Das ist eher selten. So, ich haue ihm schon mal die Türen hier rein. Wuff, wuff, ihr wuffelt. Ja, bei mir auch die ganze Zeit. Ab sofort wohnt unser Vordenker Wölkchen im Keller. Das hat er nun davon. Wunderschöner Moment eigentlich. Ja. Jetzt ist die Stimmung eh im Keller. Aha. Aha, seit wann macht der denn Stimmung? Aha. Aha. Ha, 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 ha. Oh Gott. Gut, dann gehe ich wieder. Ich kann mir jetzt genau Cash verzweifelt einen Blick gerade vorstellen. Warte, ich verzweifle doch nicht mehr wegen uns. Also er hat nicht zugehört. Es ist so lange vorbei. Genau. 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 Hast du sowas? Ach, die Glückspillen wirken. Ist schon süß manchmal. Die brauche ich nicht. Ein, 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 wie war das irgendwann? Oh, ich habe Cash zum Lächeln gefahren. Ich so, sie lächelt immer. Gut bist du, wenn du es schaffst, dass sie damit aufhört. Also ich kann dir kurz Cash zum Grinsen zu bringen. Das macht sie ja eigentlich schon grundsympathisch. Rischisch. Cash. 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 Ach, Cash. Nicht Cash, Cash. Also, das macht nur... Ja. Ich kann mir das jetzt mal hier da hinten. Aber Cash, da fällt mir ein, wir müssen nochmal üben, wenn ich mal wieder in Wiesbaden bin, unsere Fahrkommandos. Äh, warte, was war es denn? Hier und da, glaube ich, oder? Da? Ne? Und hier, genau. Da und da und hier. Ich weiß nicht, was das war, aber egal, das machen wir irgendwann. Ne, ich fahre mit dran, lalalalalala. Ist ja egal, wo. Oh, ne. Da kann ich ja nicht, wie Luke, ich mich ja nicht auf. Doch, das geht. Du, mach mir einfach das Navi an und den Ton aus. Ach so. Dann nimmst du es halblich auf den Schoß. Damit es keiner sieht, nimmst du es auf den Schoß und dann denkt jeder, aber er weiß nicht, wo es lang geht. Oh, mein Gott. Das nächste Mal, wenn ich wieder da bin, oder mit anderen, oder doch irgendjemand zu arbeiten, dann machen wir das. Ach, mein Halt, du was lang geht. Ja, jetzt ist schon da doch noch ein bisschen kapituliert. Deine Felder sehen echt hübsch aus. Dankeschön. Ist die Handrasche vielleicht auf den Schoß oder so und dann ist es da wieder rein? Ja, ist geil. Da. Ich habe doch immer Handrasche, die sind groß und wir irgendwie nicht sporn. Ja, oder ich nehme an die Hände und lasse das da, dann gehen. Oder so. Da muss ich nur unauffällig, das ist abgestarten. Das kriege ich ja gerade so hin. Aber dann fällt es auch nicht auf, wenn ich auf mein Handy gucke. Das sieht aber auch alles schön aus hier. Kennst du den Weg, ohne auf die Straße zu gucken? Ja. Da. Hier. Ne. Ne. Ah. Hier. Geil. Geil. Perfektioniert. Gehen wir zu wetten, dass ich wette, dass ich die Strecke finde, wenn sie nur... Stimmt, scheiße. Ach man, kaum hat man eine Wette, ist die Sendung abgeschafft. Wenn jetzt auch noch der Rab aufhört oder so, man weiß ja nie, was passiert. Alles, alles aus. Was hast du gerade gemacht? Ich würde gerne das Tor wieder... Ach, jetzt geht es wieder zu. Wollen wir mal dein schönes Gärtchen angucken? Das ist mal... Ach, das ist hübsch. Wir reden jetzt mal nicht mehr drumherum. Ich sage jetzt Tschüss. Ja. Ich freue mich auf unsere nächste Konversation. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, auf drei sagen alle synchron. Tschüss. Wir wünschen euch einen schönen Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das hier guckt. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Ach so. Wir wünschen euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Wir sind raus. Wir sind raus. Tschüss. Einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Tschüss. Einen schönen Tag, wenn ihr jeden Tag oder Abend guckt. Ich spring raus. Bye, bye.